ja freunde ich habe euch das jetzt mal beides nebeneinander gemacht hier also ich habe hier da wo der baum ist das ist das iphone 6 von alexander und das ist wirklich nicht so sehr kraftvoll man merkt das schon dass das so ein bisschen an seine grenzen kommt und hier auf der seite habe ich das s 9 galaxy ich habe das mal genau in die ecke gesetzt weil es die gleiche ecke ist aber ihr seht schon die unterschiede bei mir ruckelt auch wenn ich hier so ein bisschen hinweg das geht zwar noch aber es zuckt immer leicht ihr seht das so ein bisschen an dem schnee und beim iphone hier ist das ganz frisch hier zumal sich dann ja auch an die app kann sich nicht beenden weil ich auf dem auf dem hier ja mit dem mit dem smart view verbunden bin und nicht mit der mit der komischen komischen app da und ich werde alex das jetzt abkaufen hier denn wir können natürlich echt super super angreifen das machen wir jetzt auch mal wir schließen mal eben das ding hier warte mal so da muss ich das eben mal zu machen hier den cast bildchen wird übertragen verbunden verbindung trennen so haben wir jetzt auch den alex glaube ich ganz im bild gerade gucken wir sind nicht mehr verbunden wir sind immer verbunden und trotzdem zeigt das noch okay das aber doof wie beim air server oder sind wir noch verbunden aber ich habe noch eine spielung gestartet und du musst jetzt mal aufmachen ausmachen es ist es ist es hat nur ein bisschen gedauert und er hat noch ein bisschen gedauert und aber ich bin hier auf alter falter das ist ein kleines iphone 6 hier ist nicht mal ein s der kann nicht mal fortnite spielen aber wir machen jetzt ein deal der kriegt mal ein s7 da kann auch fortnite drauf spielen und ich muss mir jetzt erstmal hier so ein todesakku kaufen damit ich das hier so einigermaßen hinbekomme aber ich habe mir schon gedacht dass das hier mit apple geräten echt besser geht oh alex ist sein akku leer das kann nicht sein dass er gerade von von 0 auf 20 ist und da habt ihr das technische geplänkel jetzt schon hinter euch und damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of technik freak mit mir dem torsten ich weiß auch nicht aber ich habe ja schon ewig die software hier screen stream mirroring ist ein bisschen schwierig auszusprechen aber mit der kann ich echt super auf dem mobile device hier also hier ist wirklich kein kabel dran oder so wirklich super spiegeln auch in meine aufnahme software rein es hat ein ganz kleines delay aber das ist sicherlich netzwerktechnisch bedingt ich habe einen kleinen puffer noch eingebaut aber ihr seht das hier wenn ich hier jetzt eigentlich so einmal tippe ich habe das geben schon im hintergrund auf dann können wir mal auf mein aktuelles dorf springen und das ist das das ist nicht das was ich euch in der anfangszene gezeigt habe das war wirklich ein test air server iphone und mein galaxy hier verbunden über den air server und ihr habt ja gesehen das ganze hat geruckelt das hat jetzt nicht nur geruckelt weil ich jetzt zwei geräte da drin hatte ich kann bis zu neun geräte aufnehmen in der registrierten software aber naja egal wir sind heute mal auf meinem rathaus auf meinem rathaus sieben akkontura und ich muss sie auch ich muss ja auch wirklich einiges machen ich muss das erst mal ein bisschen leiser stellen also passt das denn ich habe so ein bisschen natürlich ein bisschen rein gefahren hier in den account in den free to play account und wir sind auch in einem klark ich habe auch schon neues dorf wenn ihr das gerne möchtet dann könnte ich das euch verlinken unten drin das habe ich mir irgendwo aus dem net gebaut und das hält eigentlich ganz gut denke ich mal kann ich mir gut vorstellen zumindest gegen sieben mal gucken erd und luft ist auf jeden fall getestet und aber kurz einmal um in die liga reinzugehen hier mein clan kriegslog kriegsliga wir sind erster wir sind aufgestiegen mit sage und schreibe ihr seht das da 565 sterne das waren über 140 oder 50 sterne mehr als der zweite also war schon ganz nett hier muss ich sagen ich bin hier nicht wirklich am ball geblieben bei dem account denn ihr seht ich kann eigentlich schon die ganze zeit ein bisschen was machen ich mache es aber nicht ohne euch ihr wollt ihr so ein bisschen den fortschritt auch mit mir mitbekommen und deswegen gehen wir erstmal in den pass rein den habe ich heute auch schon gespielt und gehen in die belohnung damit wir hier etwas bekommen ne nicht die 10.000 delex sondern wir nehmen mal die 5000 hier hat den hintergrund dass ich noch etwas im shop freikaufen muss ich muss noch was im shop freikaufen denn wir haben hier noch etwas hier vorne den king haben wir noch den habe ich noch nicht gesetzt und ich wollte mal gucken wo kann ich den eigentlich rein setzen da vorne glaube ich so da vorne setzen wir den rein jetzt passt jetzt passt aber meine krieg space eigentlich nicht mehr der müsste jetzt ein ausrufezeichen haben ja hatte auch und dann gehen wir kurz mal ins layout rein und setzen die king statue noch irgendwo hin ich muss ehrlich gestehen ich weiß nicht genau wo die eigentlich wirklich hingehört wo die wirklich hingehört aber ich kann mir vorstellen dass wir dies lager da rausnehmen warte mal das lager da 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 ja wir nehmen glaube ich mal dass das lager raus und nehmen da die king statue rein so aber wo kann man das lager denn sinnvoll platzieren da hinten da schwierig ich weiß wo halt da haben wir ein loch 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 da sollte der king rein schätze ich mal da sollte der king rein ok da haben wir ein loch da sollte sicherlich der king rein dann speichern wir das ganze mal dann können wir morgen auch mal diese base antesten bzw wir können sie antesten im ck und kann hier natürlich ein bisschen weitermachen habe ich jetzt schon angefragt habe ich noch gar nicht gemacht wie ist das einmal anfragen und ich kann allerdings auch schon forschen jawohl ich kann die drachen endlich forschen ich hätte es eigentlich schon fertig haben hätte hätte ich sie nicht aber ich habe auch nur eine kaserne also lasst die drachen raus die habe ich in jedem fall fertig release the beast heißt das im englischen und ihr seht das hier lasst die besten los heißt es im deutschen die 20 james nehmen wir erstmal mit und ich glaube ich habe ja noch mal james hier einzufordern ich war nämlich schon auf dem süßen sieg habe jetzt schon die 450 james hier aber ich hatte ja jetzt schon den den einen bauarbeiter frei also den vierten den habe ich mir erkummelt und da haben wir die cb schon voll dankeschön dankeschön wem muss ich denn eigentlich hier noch aufnehmen ich muss hier noch einen aufnehmen und zwar war es der ja der ahnen der will der wollte hier unbedingt in in eine video folge rein der kam mir rein dann abend darf ich in der nächsten video dabei sein klar du bist jetzt fame du bist jetzt fame also zeigt mal deine clan mitglieder okay du bist jetzt nicht mehr im clan dann bist du irgendwie freiwillig gegangen weil leute wir sind hier ja nicht irgendwo anders sondern wir sind hier beim toto clasht und hier machen wir alles ernst wir sind hier alle über ziemlich viele jahre alt und machen hier ein bisschen clash of clans so muss man das ja auch fairerweise sagen so was habe ich in der clan burg an drachen aber ich habe schon drachen bekommen okay ist immer noch unsere max truppe hier und sowas tut uns richtig richtig gut denn ich kann so ein bisschen was warte mal kann ich ein bisschen was weg blitzen ich gucke mal gerade wenn ich den hier so in der mitte setze geht dass er weg da dass das geht gehen ja auch zwei stück haben wir da geschafft alter falter das ist nicht schlecht zwei stück haben wir da geschafft dann lasst uns mal gerade nach nach da gehen auf die luftabwehr den king hier machen und meine mauerbrecher die gehen irgendwo nach da oben wo ja okay zu den mauern ist klar okay wir haben unten keine mauern aber in der hoffnung dass wir hier irgendwie 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 den den einen ane den ding den pass mal auf den dass das machen wir mal so wir lenken die man nur ab und nehmen jetzt die kubis rein denn ich glaube die defensive die kann nicht so schnell als als dass ich hier die lager klaut das ist das ist der totale multitouch das ist der totale multitouch und damit haben wir ihm auch alles geklaut alles geklaut setzen müssen ich hätte den drachen gar nicht setzen müssen glaube ich da geht mein king noch und da gehen aber noch ein paar kobolde die schaffen das nicht mehr okay wir haben 74 prozent wir lassen mal eben bis auf 70 laufen würde ich sagen oder der king macht noch die luftabwehr natürlich göttlich wenn er das noch schafft der 1er king ja was meint er packt hat 1 2 3 4 schläge jawohl hat er geschafft und jetzt noch die magier türme korm 12 das ist ein 1er king er hat es drauf der dicke hat es drauf hier wie immer und macht jetzt auch die restlichen sachen okay wir holen uns jetzt noch die sieben dunkles mein ok mein drachen ist weg die magier türme stehen die bogenschützen türme stehen alle noch ok da brechen wir hier an der stelle ab und weiß mein glücksgriff ich habe die letzten tage nicht echt nicht so gut angegriffen wie gerade in diesem angriff das könnte auch in meinem angriff log eigentlich gucken da habe ich immer so ein bisschen mehr recht als schlecht gemacht aber ein bisschen kommt man hier weiter so ist es ja nicht die brauchen wir noch mal nach hier in der schnellausbildung und unser king hat auch nur sechs minuten ok ja ich habe tatsächlich nicht mehr so viel den energiesparen modus aktiviere ich jetzt nicht denn ich habe jetzt die ganze zeit mit dem gerät hier aufgenommen und das hält jetzt richtig lange hier mit android 10 aber sah ganz gut aus ich meine kopiere ok also ich habe mir jetzt auf jeden fall cooles dorf kopiert komme hier im pass im moment nicht wirklich weiter aber ich habe mir die belohnung geholt und vier tage läuft jetzt der drachen was kosten die schweinereiter die schweinereiter kosten nix ok ich sehe gerade die schweinereiter kosten nix aber ich sehe gerade noch was anderes so ich glaube hier bin ich stehen geblieben ich habe noch mal gerade so ein bisschen die farben angepasst aber ich habe noch keine schweinereiter ok ich habe noch keine schweinereiter woran kann das liegen dass ich eine kaserne hier noch nicht fertig habe die kaserne hier eine mille eine mille 16 stunden das machen wir mal denn für nächsten ck könnte das ja entscheidend sein und jetzt habe ich noch drei bearbeiter mit ganz ganz viel gold hier zu schaffen lass mal gerade überlegen wir können jetzt natürlich ein paar mauren machen können goldminen machen wir machen aber mal was teures eine luftabwehr könnte sinn machen aber hier unten habe ich noch eine die muss erstmal nachleveln die müssen wir erstmal nachleveln dort und da machen wir glaube ich noch eine luftabwehr oder ich glaube noch eine luftabwehr oder alle ach komm wir machen alle luftabwehren hier fertig wir machen jetzt alle fertig ein tag zwölf stunden ist auch echt nicht lang ein tag zwölf stunden ist auch wirklich nicht lang und können hier dann noch mal ein bisschen rein fahren naja aber runo hat den clan verlassen ok im klank krieg mit dabei wir haben nicht alle mitnehmen können hier runo ist ist dabei wieso geht denn der hier plötzlich also hier sind einige gegangen aber wieso geht denn der plötzlich wo geht denn der hin hier wo geht der hin kein spieler gefunden kein spieler gefunden kein spieler gefunden ok member löscht sich selber wie kommt das denn wieso ist denn hier kein spieler gefunden was denn mit dem passiert hier hatte gecheatet oder was kein spieler gefunden ich weiß es jetzt echt nicht wenn das einer sieht hier verdammte axt aber schau mal wo der ist schau mal obwohl ich kann ja mit meinem handy mal sprechen warte mal schau mal wo der ist gespeichert schau mal wo der ist so wieso wird mein audio da gespeichert naja schau mal wo der ist jetzt ist ja raus jetzt sag mal das gibt's ja das gibt's ja jetzt nicht vor meinen augen okus pokus passiert hier gerade ok alter falter das geht ja gar nicht jetzt bin ich echt ein bisschen überrascht leute ich glaube das sieht man jetzt auch oder das habe ich ja noch das habe ich echt das habe ich noch nie erlebt ich meine jetzt es sind ja wieder ein bisschen ein bisschen mehrere gebannt worden aus der etwas höheren liga oder können wir machen den können wir machen den glauben wir die dicken lager hier würde ich mal so sagen 10 toto geiz nie mit maure her besser ist es und es sind ja wieder welche gebannt worden aus der in den höheren liegen beziehungsweise aus namhaften teams auch teilweise glaube ich aber das hier vor meinem augen das habe ich noch nicht erlebt das habe ich echt noch nicht erlebt und aber ich habe schon erlebt dass wir hier echt viel loot gerade mitnehmen und das passt so kommst rathaus auch noch vielleicht das wäre jetzt der hammer ne wikings rathaus auch noch heute ist mein glückstag heute ist mein glückstag obwohl von den aufnahmen her ist heute eher mein pechstag aber scheinbar ist heute mein glückstag und wir kriegen das dunkle da noch naja das ist jetzt auch nicht mehr viel das sind jetzt noch elf dunkles ok den kampf können wir beenden wow sehr geil sehr geil da steht er hat kein kürzel ja ich wollte gerade sagen genau der hat kein kürzel kann ja sein dass ich einen schlagschatten habe oder so aber ich habe keinen schlagschatten naja hier geht es auf jeden fall so ein bisschen weiter ich wollte euch auch auf den laufenden halten aber das habe ich echt noch nicht erlebt dass hier jemand rausgeht da steht er hat kein kürzel dem gehe ich mal auf den grund und vielleicht könnt ihr mir sagen da muss man ja schon entweder sein google konto gelöscht haben oder sein apple account gelöscht haben damit das irgendwie weg geht aber egal ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen hier vom device auch aus der ausnahme hier vom handy war eigentlich ganz cool über die software geht das wirklich gut ihr seht es wenn ich hier auch so ein bisschen wische ich wische mal ein bisschen schneller dann verwischt das hier trotzdem nicht das eigentlich mein ziel dass das immer noch ganz gut rüber kommt bei euch das ist so eine kleine sekunde verzögert also ich sehe es jetzt vielleicht eine sekunde eher und ich frage mich auch gerade was ich hier schreibe vertippt mich immer okay naja okay alles klar also wie gesagt am anfang mal so ein bisschen die technik fragen beantwortet wenn ihr ein bisschen mehr technik von mir hören und sehen wollt dann schaltet heute abend einfach in den live stream rein da hinterfrage ich das ganze noch mal und gucken wir mal von wo wir das machen aber wir werden dann am wochenende ganz ganz hart stream nämlich aus dem discord turnier 5 gegen 5 rathaus 13 rathaus 13 ich habe da zwei zeiten und zwar kann ich euch schon könnt ihr euch schon wegschreiben am freitag 20 uhr 45 bis 22 uhr machen wir zwei partien discord dc also discord turnier rathaus 13 und das ganze machen wir auch am sonntag etwas später 22 uhr bis 23 uhr 30 das finale ich hoffe das freut euch ich habe das jetzt mal für mich angenommen beziehungsweise wir haben etwas länger über diskutiert wer macht eigentlich was es gibt noch zwei andere kanäle die auch dann an anderen zeiten was bringt er müsste am besten in den discord kanal gucken dann kennt der ort kennt er die streamer und kennt er die zeiten aber ich hoffe dass ihr zahlreich dabei seid das war das zumindest mitnehmen wir machen ein bisschen was vorher wir machen ein bisschen was nachher also das soll es dann nicht gewesen sein in den streams aber morgen machen wir erstmal ganz chillig hier ein mit stream nicht morgen heute abend ihr seht das video am mittwoch also mittwoch machen wir erstmal ganz chillig stream hier und dann sehen wir uns am wochenende wieder ja ich hoffe das ganze hat euch gefallen vielen dank fürs zuschauen und ich würde sagen bis zu den nächsten videos die dann da kommen da habe ich noch keine genauen themen aber wenn ihr euch was wünscht immer rein in die kommentare ich werde euch fast jeden wunsch erfüllen fast jeden wünsch bis dahin ja